Wo wir eben bei Büchern waren, ich habe jetzt einen Buchtipp und ich bin überzeugt davon, dass das, weil ich werde das jetzt lesen, von meinem alten Kollegen Edgar Franzmann, inzwischen bei NetCologne, damals aber noch tätig bei der Zeitung. Ein Schreiber. Schreiber und er hat jetzt ein Buch geschrieben, ein Köln-Krimi, ein Freund von mir hat damals die Köln-Krimi-Serie erfunden, der Christoph Gottwald. Und der Edgar Franzmann hat jetzt, ich glaube den jüngsten, über den Millionen-Erben, Millionen-Allee, die Millionen-Allee geschrieben und da geht es, und das finde ich sehr interessant, um einen Millionen-Erben, der sich zusammen mit einem fast schon Penner, zusammen einen Kriminal verlösen muss. Und das ist das Buch, was ich mir jetzt auf jeden Fall lesen muss, weil ich weiß, der Edgar Franzmann kann gut schreiben. Ja, liest du viel? Ich lese viel weniger, als ich wirklich gerne würde.